What's up Leute, hier ist wieder Draglines mit einer weiteren Stream Ankündigung. Auf Twitch geht es heute ab 17 Uhr los mit Kingdom Hearts 3 der japanischen Version. Ich habe jetzt endlich Urlaub, ich habe nichts weiter vor und ich habe einen Open End Stream geplant für heute, für morgen, für Dienstag, bis wir mit der japanischen Version von Kingdom Hearts 3 durch sind, durch die Bank weg. Die Streams können sehr lang werden, je nachdem wie lang das Game ist halt. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, wieder mal mit der vorsichtigen Aufforderung, dass wenn ihr Kingdom Hearts 3 selbst erleben wollt, ihr besser nicht zu dem Stream kommt, weil ihr sonst eure Spielerfahrung ruinieren könntet. Und das ist vollkommen okay und ich verstehe das, wenn ihr das so dann entscheidet. Und ich kann euch nur empfehlen, es auch wirklich so zu machen für euer eigenes bestes Wohlempfinden, denn die Streams, die Blind Reaktion, die ich hier aufnehme, für die ich das hier mache, werden ja dann ab dem 10. Februar hier auf YouTube freigeschalten. So, okay, das war's. Man sieht sich dann später oder ansonsten dann noch ein weiteres schönes Wochenende, wenn ihr nicht kommt und viel Spaß mit Kingdom Hearts 3 demnächst, wenn ihr es dann in den Händen haltet. Manche Leute halten es schon in den Händen. Ich habe jetzt dann auch schon eine physische Kopie von einem Freund gesehen, also offenbar sind sie in Deutschland ein bisschen schneller verfügbar als in anderen Ländern, muss man noch dazu sagen. Also dann, tschüss.